Ich finde Stagnation sehr anstrengend. Also wenn einfach nichts passiert, stehen zu bleiben ist nicht gut. Also Routine ist auch Stagnation. Ja, ich möchte woanders leben. Ich würde sehr gerne in Paraguay leben, Südamerika. Obst anbauen, subtropisches Klima. Alles wächst und gedeiht und mal in Ruhe gelassen werden. Einfach drauf loszufangen wäre schon sehr mutig und sehr leidenschaftlich, aber das bin ich zurzeit noch nicht. Ich versuche das gerade so ein bisschen.